So, nach einem Kanten von selbst frischgebackenem Brot geht es nur mit Folge 6 weiter. Äh, Folge 6, Level 6. So, Rido. Oh Gott, wie sich die schon wieder alle rein teleportieren? Boah, Alter, Leute. Boah, Alter. Deppertief zu für die Gegner. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Ja, das ist nicht so wie ein Loss. Okay, das ist doch halt. Was ist das? so was ist hier los woher kommt die nahe aber vielleicht kann ich das nutzen mit meiner schottkarte Oh, da kommt es doch einer. Alter, warum sieht man nicht, um echt einfach sperrt zu werden, wenn wir an den Knappertür? Boah, Alter, das ist aber langsam blöd hier, Alter. Da merkst du ja erst, wenn du fast tot bist, dass du wieder an den Knappertür bist. Gut, also kommen wir jetzt hier. Wir sind ja! Oh, 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 oh! Alter, was für eine Action-Shock da ist. Boah, Alter, die Dona-Weltung. Boah. Boah, Alter. Boah. Boah. Wie viele sind denn hier eigentlich? Meine Fresse, was hier schon wieder abgeht. Geht hier auf keine Kuhhaut. So. Na gut. So, hier brauchen wir die Schlüssel, oder? Ja. Endlich mal ein Ende. Gott. So. Probieren wir jetzt hier weiter. Oder auch nicht. So. 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 der kacktransparenten viecher manchmal geht es da rum aber ich dachte, wo geht es lieber alle lang, was ist das für eine richtige map? ich habe 300 Gegner, würde ich mich verarschen? ja also die du kannst Da muss ich auch noch ein bisschen aus Zammels rumkloppen, ey, das muss doch gar nicht. Oh Gott, ich bin wieder von dir. Na komm! Jaaa, Alter, das hat behindert. Na komm. Ich bin wieder! Dann komm! Du bist! Du bist! Du bist! Du bist! Du bist! So... So... Ne, was gerade passiert ist, ich hatte gerade die Waffe in der Hand... Äh, weg mich, doch einmal am Arsch... Ich hatte gerade die Waffe in der Hand... ...und wollte halt, weil ich hier umringt wurde, schnell zu der Waffe wechseln... ...und habe praktisch, während er gewechselt hat, gedrückt... Ach, jetzt klappt es... Ja gut, also ich hatte da auch Primärfeier gedrückt... ...aber scheinbar, weil er da noch im Wechseln war, hat er mein Primärfeier nicht erkannt... ...hat also in dem Oststraße gedrückt, ohne dass er geschossen hat... ...war natürlich schon blöd... ...kommt man sich ja natürlich erledigen... ...aber gut... Wo denn, bist du da oben? Alter Leute... So, jetzt haben wir die rote Karte... ...wann haben wir jetzt hin müssen? So, müssen wir wieder zurück, oder was? Okay... Okay... Wir haben noch 80 Gegner vor uns, immer noch... Achso, da ist rot... äh... ...komm ich denn da hin? Achso... Ah, ja, genau... Hier, einmal springen... ...und jetzt? Das war ja mal intelligenter Move... ...Wer kommen wir denn da bitte hin? Ach, danke... Gut... ...und jetzt noch einiges, was wir zu tun haben... ...hier zum Beispiel... Ach, hier ist ja auch rot... ...ha... ...nice... ...oh... ...okay... ...ha... ...das... ...das ist nichts... ...das ist auch nichts... ...das ist auch nichts... ...nice... ...na gut... ... ... ... Achso... ... ...ahah, das war natürlich sein... ...he, wie ich will jetzt viel?! Achso, ne... Brauche ich doch den Welt zor executive für... Aber jetzt bin ich schon mal auf einem relativ richtigen Weg. So, dann kann ich wieder hier. Okay. Also wir haben jetzt gerade rot bekommen. Genau, also ich muss was Rotes suchen. Äh, geht's unten noch weiter? Bitte nicht. So, da hinten ist noch was Blaues. Haben wir was? So, blaue Karte haben wir. Hier geht's. Achso, mehr als verdient. Ach ja, hier hinten. Wo ich schon meinte, endlich ist die Feierabend. Ja gut. Okay, sieht das mal ruhig aus. Ah, hier tatsächlich auch. Okay. Wow. Alter. Was hat das Schalter jetzt gemacht? Egal, ich geh jetzt mal hier lang. Alter, diese Pinkies sind ja super. Was hat das Schalter... Achso, ich glaube, ich weiß, was der Schalter jetzt getan hat. Äh, komm mal runter hier. Und zwar diese kleine Tür, die wir da versperrt vorgefunden haben. Kann sein, dass die die jetzt... Ach, wo ist denn die jetzt? Boah, Alter, ist ein langer Weg hier. Du brauchst ja Navigator. Du brauchst ja Navigator. Ah. Ah. Alter, von wo aus kann ich jetzt... Alter, der war mindestens nur 500 Meter von mir entfernt. Und geist mich einfach. Oh Mann, oh Mann. So, kann man hier rauf? Ja. Äh, die Luftwicht machen nicht. Oh. Oh. Was hat der denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Oh, ihr war ein Freund von uns. Alter. Oh, oh. Oh Mann, das ist ja so ein Telefon, da. Leckon mio. Was ist das? Oh, Alter. So. Hä? So viel Sinn im Leben, bitte warten. Sinn im Leben wurde nicht gefunden. Oh, das ist ja hierfür. Ah. Gut. Ah, jetzt haben wir alle Schlüssel. Das heißt also, jetzt können wir als allererstes mal hier nochmal Munition einsammeln, worum es jetzt war. Nein, hier nicht. Äh. Äh. Hier. Da kommt er. So, und jetzt. Ab den Secrets würde ich mal sagen, ne? Da haben wir noch drei Secrets offen. Wann ist das? Ach, dein. Oh Gott. Gott. Oh, 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 oh. Ja, das klappt. Äh, so. Aha. Die Frage ist, hatten wir jetzt noch irgendwo Rüstung oder sowas? Was ist das hier, ne? Wie hat denn da noch nicht so Rüstung? Wo war denn das? Ne, da bin ich nicht. War das hier irgendwo? Umher war noch Rüstung, die ganze Menge. Oder war da Munition hier hinten? Äh, hier war Munition. Oh. Ja, wir haben genau, wow, hier noch 100 Raketen. Raketen sind voll. Meine Freude. Mann, nee, also, lauere Rüstung ist nicht egal, keine mehr. Na gut, ist doch egal. Wir haben auf jeden Fall sowohl bei der Rüstung als auch beim Leben über 100. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Das ist schon mal wieder eine fucking große Map, ey. Oh, Olga. Äh. Vor allem große Maps gehen ja noch, aber diese ganzen Pinkies und diese ganzen Spectres, also die Geister-Pinkies sozusagen. Äh. Da kriegt ich denn echt einen Wurm. So, dann sehen wir uns dann zum vorletzten, zum vorletzten Level von der Episode. Schau mit vor Augen.